hallo ihr wäckchen damit recht herzlich willkommen auf dem großen kanal und so kleine flufffenge im heutigen film sind wir mit 5 night at the river bros 2 vor allem ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne das alles gar nicht machbar zu organisieren werden vielen dank freunde und leute ist so laut es sei mir verziehen aber es aber es kommt doch wieder eine einblendung mit den unterstützern aber ich versuche gerade mal das hinzukriegen dass ich videos aufnehmen kann aber was war das wirklich scheiße ich habe hier nicht und ich habe aber nur das und wo ist das ein spiel was ist der von der dreck ja vor dem sowas kommt raus highlight Wenn ich wüsste, was ich tun soll. Continue. Ich habe ja nur, ich habe ja nur hier mein Licht. Und hier habe ich nichts. Er schmeckt. Er schmeckt. What? Nocce 1, Nocce Nocce, Kambodscha. Mein Freunde, ich kopiere es nicht. Ich kopiere es nicht. Kopiert ihr das? Was, 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 was soll ich mit dem Teufel machen? Deriva Brothers. Juck, Deriva Brothers. Was, wie scheiße ich gleich zuhören? Dann hast du deine Theorie von Brothers. Ich habe mir sonst nichts zu tun, keiner nichts zu tun. Was soll ich sagen? Am besten ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal. Ich habe ein Licht. Was anders kann ich ja nicht tun. Weder links noch rechts. Und wir haben ja nur das hier. Ich verstehe es einfach nicht. Wir gucken einfach mal hier nur da rein in der Hoffnung, dass wir hier irgendwie überleben. Wir wackeln nicht hier, Schweine wackeln auch nicht. Und was mache ich mit dem Teufel? Ich verstehe es nicht. Hier kommt keiner. Noch leben wir. Wir leben immer noch. Du haust hier. Ja. Erschweinig. Freunde, macht das Spiel Sinn? Also ich weiß, was das für einen Sinn macht. Aber wir lügen. Warum auch immer. Nee, 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 nee. Freunde, es kommen halt zur Zeit nur kurze Videos raus, weil die Spiele auch scheiße sind. Was rauskommt. Ist ja ganz klar, oder? Man kann ja nur die Videos kürzer werden. Oder was meint ihr? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Es kommt halt nichts raus, Freunde. Es kommt nichts. Ich würde euch gern was besseres präsentieren, aber es kommt doch nichts. Das war Five Night at the River Bros. Ein absoluter Schlunz. Da hätte man mehr draus machen können. Und vor allem, man kapiert es nicht. Ich kapiere es nicht. Oder ihr schreibt in die Kommentare. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet mit dem Rostik-Kanal. Bitte bewerben doch das Video. Schreibt es in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, abo oder aufs Körbchen drücken. Pläst dir ein Pad, du subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Passt auf euch auf. Übertreibt es nicht. Und bleibt einfach gesund. Schützt euch vor allem. Schützt euch bitte. Ja. Wir sagen Tschö mit der Höhe und Fingertiger Rotz. Euer Sam Teddy, die Minion, der Restraselbande und der Rostik-Kanal. das ist der alte Mann, der ziemlich genervt ist. Thank you. And goodbye. Good night. Ich mag nicht mehr Leute. Magne mehr. Magne mehr.